Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donif204. Unser erster Schritt in die Welt von JavaScript wird Visual Studio Code sein. Da ist der Link in der Videobeschreibung, da klickt ihr einmal drauf und dann könnt ihr dieses wunderschöne Tool herunterladen. Es wird euch definitiv helfen, JavaScript zu lernen und vor allem zu verwenden. Das ist nämlich das Wichtigste. Wir wollen es ja nicht nur lernen, wir wollen es auch praktisch anwenden. Da klickt ihr dann einfach auf das Betriebssystem eurer Wahl, in meinem Fall Windows und dann müsst ihr das herunterladen. Wunderbar funktioniert. Und dann könnt ihr das Ganze installieren. Wie ihr Programm installiert, denke ich mal, ist eigentlich klar. Akzeptiert die Bedingungen, egal was es ist. Verkauft eure Seele. Installiert es, wohin ihr wollt. Startmenü, Eintrag, egal. Und hier gibt es dann eine kleine Sache zu beachten. Bitte jetzt nicht auf Weiter drücken an dieser Stelle. Ich empfehle euch noch folgende Häkchen zu setzen. Einmal bei Aktion mit Code öffnen im Dateikontextmenü von Windows Explorer hinzufügen. Häkchen. Und einmal Aktion mit Code öffnen, dem Verzeichniskontextmenü von Windows Explorer hinzufügen. Häkchen. Die beiden Sachen empfehle ich euch definitiv. Dann auf Weiter. Dann auf Installieren. Und das dauert dann kurz eine Sekunde. Also viel länger dauert das gar nicht. Erstaunlicherweise. Das installiert richtig schnell. Und dann können wir das Ganze auch schon starten. Visual Studio Code starten. Fertig stellen. Dann sieht das Ganze so aus. Hoffe ich zumindest, dass es bei euch jetzt auch so aussieht. Kann sein, dass es in Zukunft ein bisschen anders aussieht. Nicht schlimm. Gut, da empfehle ich euch direkt jetzt die erste Aktion, die ihr in Visual Studio Code macht, eine Extension zu installieren, die euch die Arbeit mit dem RPG Maker etwas erleichtert. Aber nur etwas. Aber wie jede Erleichterung ist doch umso besser. Wir klicken hier auf Extensions. Und dann kommen wir in dieses Menü mit zigtausend Extensions. Da oben steht es 23.000. Das sind sehr, sehr viele. Also ihr habt da sehr viele Möglichkeiten, euch auszutoben. Was wir brauchen ist RPG Maker. Das gebt ihr hier einfach oben in die Suche ein. Und dann habt ihr nur noch vier Treffer. Das ist doch schon mal wesentlich besser. Da klicke ich jetzt hier auf das hier. RPG Maker JavaScript Plugin Snippet. Oder Sniped. Snippet. Okay. Und dann drückt ihr einfach auf Install. Entweder hier oder hier. Und fertig. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Das war es schon. Dann könnt ihr dann noch das deutsche Sprachpaket installieren. Wenn ihr das wollt. Einfach German eingeben. Und dann hier German Language Pack for Visual Studio Code von Microsoft direkt und da auf Install. Wenn ihr das möchtet. Dann will er eine Restart haben, damit das Plugin funktioniert. Können wir ausprobieren. Und funktioniert. Alles ist jetzt auf Deutsch. Datei. Neue Datei. Neues Fenster. Datei öffnen. Etc. P.P. Vielleicht ist das für den einen oder anderen leichter, wenn es auf Deutsch ist. Aber das ist komplett optional. Also das Deutsche ist optional. Das hier solltet ihr auf jeden Fall installieren. Das RPG Maker JavaScript Plugin Snippet. Gut. X. Das können wir schließen. Wir brauchen den Visual Studio Editor erstmal nicht. Wir brauchen jetzt den RPG Maker. Den habe ich schon offen. Mit einem neu erstellten Projekt. Das habe ich einfach JavaScript genannt. Erstellt einfach ein neues Projekt. Nennt es JavaScript oder Hallo Welt oder so. Oder wie ihr möchtet. DonF 204 ist cool. Könnt ihr auch machen. Oder DonF 204 ist blöde. Nein. Spaß beiseite. Gut. Wir müssen ernst bleiben. Ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Okay. Dann klickt ihr hier oben auf Spiel. Spielordner öffnen. Und seid ihr im Spielordner. Jetzt wollen wir natürlich unser erstes Plugin erstellen. In welchen Ordner kommt das rein? Hm. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen. In den JS Ordner. Kommt das Ganze rein? Auf den JS Ordner rechtsklicken wir. Wir öffnen ihn nicht. Wir rechtsklicken auf den JS Ordner. Und gehen auf mit Code öffnen. Das ist der neue Kontext Eintrag. Ziemlich praktisch. Weil da müsst ihr wirklich immer nur Rechtsklick auf die Ordner machen. Mit Code öffnen. Fertig. Dann öffnet er den kompletten Ordner. Und das machen wir. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Und schon hatten wir hier die komplette Ordner Struktur. vom JS Ordner. Haben hier einmal die Libraries. Interessiert uns nicht. Dann den normalen Core Code. Von dem RPG Maker im Set in dem Fall. Ihr könnt auch den RPG Maker im V nehmen. Funktioniert genauso. Und bei Plugins kommen dann die Plugins hinein. Wir wollen ein komplett neues Plugin erstellen. Und das machen wir dann auch. Wir klicken dazu auf den Plugins Ordner. Klicken anschließend hier auf neue Datei. Und nennen das Plugin jetzt einfach. Hallo Welt Punkt JS. Wichtig Punkt JS am Ende. Damit er es auch als JavaScript Datei erkennt. Und dann Enter. Hups. Habe ich jetzt auszusehen noch entfernen gedrückt. Ups. Salah. Abbrechen. Bitte nicht löschen. Kann passieren. So. Jetzt haben wir eine komplett leere JavaScript Datei. Hm. Nicht so spannend. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir wollen eine kleine Textausgabe machen. Einfach. Wenn wir das Spiel starten. Soll kurz eine kleine Textausgabe kommen. In der Hallo Welt steht. Mehr soll das erste Plugin erstmal gar nicht können. Das ist nichts Großes. Nichts Weltbewegendes. Aber es ist der erste Schritt. Auf einer langen Reise. Dazu müssen wir erstmal etwas sehr Merkwürdiges reingeben. Denkt nicht weiter darüber nach. Schreibt es einfach so rein. Wie ich das reinschreibe. Ich kann manche Dinge nicht sofort erklären. Sonst wäre das Video hier wahrscheinlich 10 Stunden lang gefühlt. Manches muss man einfach mal so hinnehmen. Das ist dieses Henne-Ei-Problem. Ich kann das eine nicht zeigen, ohne das andere zu zeigen. Aber ich kann auch nicht gleichzeitig alles erklären. Sonst sitzen wir hier ewig. Gut. Schreibt einfach Klammer auf. Dann macht er auch gleich eine Klammer zu dahinter. Sehr praktisch für uns. Schreibt dann... Bleibt direkt in der Klammer. Schreibt dann wieder Klammer auf. Dann macht er noch eine Klammer zu. Gleich die hinten dahinter. Dann drückt er einmal nach rechts. Die bleibt leer. Hier vorne. Macht ein Leerzeichen hinein. Dann ein Istgleich. Dann ein Größer als... Also quasi ein Pfeil wird das Ganze. Färbt sich dann auch blau, wenn es richtig eingegeben ist. Macht wieder ein Leerzeichen. Und dann eine geschweifte Klammer mit alternative Gruppe. Also rechts neben der Leertaste. Alt-Gr. Eine geschweifte Klammer bei der 7. Also ihr drückt Alt-Gr gedrückt. Und drückt dann die 7. Dann kommen zwei geschweifte Klammern. Wieder eine auf, eine zu. Und ihr seid wieder dazwischen. Und dann macht ihr... folgendes. Ihr geht ganz nach rechts. Macht nochmal eine Klammer. Geht ganz nach rechts. Und Semikolon. Fertig. So müsste das Ganze komplett korrekt sein. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Sonst haben wir ein Problem. Gut. Das ist eine Arrow-Funktion. Arrow wie File. Weil hier ist ein File. Könnt ihr auch theoretisch das Wort Function reinschreiben. Brauchen wir aber nicht. Ihr schreibt es einfach eins zu eins so, wie ich das hier geschrieben habe. Gut. Dann gehen wir in die geschweiften Klammern zurück. Und drücken Enter. Und dann sieht das Ganze so aus. Er hat auch schon bereits eingerückt mit der Tabulator-Taste quasi. Also ohne, dass ich sie jetzt gedrückt habe. Und auch die Zeile überhaupt leer gemacht. Für mich. Damit ich direkt anfangen kann, hier den Code reinzuschreiben. Sehr praktisch. Visual Studio denkt da ein bisschen mit. Weil genau so wollen wir das nämlich auch haben. Gut. Hier können wir dann unseren Code reinschreiben. Unser Code heißt in dem Fall einfach ganz simpel Alert. Erkennt er auch. Hier. Alert. Also er gibt uns dann auch Vorschläge in Visual Studio. Alert. Und dann wissen wir auch, wir haben es auf jeden Fall richtig geschrieben. Können wir auch draufklicken. Wenn wir es zum Beispiel jetzt nur halb geschrieben haben. So. Drauf und fertig. Alert. Dann Klammer auf. Macht natürlich wieder automatisch eine Klammer zu dahinter. Damit wir das nicht vergessen. Sehr praktisch. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig sowas passieren könnte in der Theorie. Vor allem bei solchen komplizierten Klammergebilden wie hier. Da kann man schnell mal eine Klammer übersehen. In dieses Alert. In die Klammer. Schreibt ihr rein. Anführungszeichen. Da macht ihr dann auch gleich die Abführungszeichen mehr oder weniger. Also zwei Anführungszeichen. Und zwischen die zwei Anführungszeichen schreibt ihr dann einfach euren Text rein. Hallo Welt. In meinem Fall. Und das war es tatsächlich schon. Dann drückt ihr STRG-S für Speichern oder Datei Speichern. Beziehungsweise File Save. Wenn ihr die englische Version habt. Aber wer die englische Version hat, denke ich mal, kann selbstständig umdenken. Und wer es nicht kann, installiert euch einfach die deutsche Version. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. So, das war es tatsächlich schon. Und jetzt gehen wir in den ABG Maker Set und fügen unser Plugin ein. Gehen hier auf das Puzzleteil. Plugin Manager. Wie ihr ein Plugin einfügt, denke ich mal, wisst ihr alle. Also hier einfach doppelt drauf. Hier bei Name wählen wir jetzt eins aus. Hallo Welt. Erkennt ihr auch schon. Und wir haben keine Beschreibung, kein Autoren, kein Nichts. Das machen wir gleich. Keine Hilfe, keine Parameter. Gut, Parameter kümmern wir uns viel später erst darum. Aber auch keine Hilfe und kein Autoren. Das werden wir nachher gleich machen. Drücken auf OK. Dann sagt er uns, das Plugin Hallo Welt ist möglicherweise nicht kompatibel mit dem ABG Maker im Set. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein. Technisch gesehen nicht wirklich. Es funktioniert. Werdet ihr gleich sehen. Aber wie ihr diese Nachricht wegbekommt und warum diese da ist, erkläre ich gleich. OK. Übernehmen. OK. Speichern. Nicht vergessen. Und starten. Und dann kommt hier schon die Ausgabe. Ich muss mal kurz den Ton ausmachen. Nicht, dass ich den ABG Maker im Set-Ton sehr, sehr laut habe. Das wollen wir nicht. Und dann kommt hier die Ausgabe Hallo Welt. Und das war unser allererstes Plugin. Wir drücken hier auf OK. Und dann startet erst das Spiel. Also, ihr seht, das Plugin wird auch geladen, bevor das Spiel geladen wird. Also das eigentliche Spiel. Bevor das losgeht, sagen wir es mal so. Und das ist auch wichtig zu wissen. Gut. Dann haben wir hier unser allererstes Plugin. Hallo Welt. Nun wollen wir uns darum kümmern, dass er glaubt, dass es möglicherweise nicht mit dem MZ kompatibel ist. Das wird euch beim MV natürlich nicht passieren. Ganz einfach. Ihr geht ganz an den Anfang, drückt Enter, damit das ein bisschen nach unten gerückt wird. Also so ungefähr. Ups. Klickt in die oberste Zeile und gebt ein Ausrufezeichen. A, M, M, Z, beziehungsweise MV. Je nachdem, welchen ihr benutzt. Und dann start. Wird auch vorgeschlagen, ist Teil des Plugins, beziehungsweise der Extension, die wir installiert haben. Der RPG Maker JavaScript Plugin Extension. Und das ist nämlich ziemlich praktisch. Das erleichtert uns die ganze Sache. Und wir geben hier einfach ein MZ Start in meinem Fall. Und dann, plopp, ist hier schon etwas mehr Text als nur MZ Start. Also R, M, MZ Start. Und dann schreibt er uns das hier hinein. Ausrufezeichen. R, M, M, Z, Start. Wir können auch mal MV Start eingeben. MV Start. Und das sieht ein bisschen anders aus. Was fehlt, ist vor allem Target. Target und URL. Sieht man ja sofort, dass das fehlt. Bei Target kommt rein das Ziel. Target, Englisch, Ziel. Und das fehlt bei den MV Plugins. Vollkommen. Damit der MZ, beziehungsweise der Plugin Nutzer, weiß, ah, das ist auch wirklich für den MZ. Das Plugin. Wir können jetzt auch ein Leerzeichen dahinter machen. Und, das Und-Zeichen, noch ein Leerzeichen. Und dann MV schreiben. Und dann weiß der Plugin User, ah, das ist für MZ und MV. Für beide. Und in dem Fall ist es auch so. Dann könnt ihr hier eine Beschreibung reinschreiben. Hallo Welt. Dann hier ein Autoren. In meinem Fall Don Gang Don F204. Dann hier eine Hilfe, könnt ihr reinschreiben. Was ihr auch immer da reinschreiben wollt. Aber, das ist nicht so wichtig. Und dann bei URL könnt ihr eure eigene Internetadresse reinschreiben. Da kopiere ich einfach mal meine Adresse raus, die ich hier habe. Zack. Kopiere sie einfach hier rein. Fertig. Das vom MV können wir rauslöschen. Das brauchen wir nicht mehr. Und fertig. Dadurch, dass wir jetzt hier Target, äh, Add, Target MZ stehen haben, erkennt der MZ jetzt auch automatisch, nachdem ich gespeichert habe. Also jetzt einfach Datei speichern, beziehungsweise STRG S drücken, nachdem ich gespeichert habe, erkennt der automatisch dann auch, dass das Plugin jetzt für den MZ geeignet ist. Hier unten die Warnung fehlt, die Probleme und fertig. Dann, wenn ich doppelt drauf drücke, steht dann hier auch Autor, ähm, die Beschreibung, die Hilfe und mein Browser-Link. Wunderschön, oder? Funktioniert alles perfekt. So wie es sollte. Wunderschön. Und, starten, Hallo Welt, funktioniert alles perfekt. Statt dieses kleinen Fensters, äh, mit Hallo Welt, können wir das Ganze auch in der Konsole ausgeben lassen. Ja gut, was ist die Konsole, fragt ihr euch jetzt? Ganz einfach, die Konsole ist, wenn ich das Spiel starte und jetzt F12 drücke, dann müsste eigentlich Elements oder so, glaube ich, ähm, aktiv sein, standardmäßig. Ich glaube Elements, I don't know. Ihr drückt hier auf Konsole, falls es nicht aktiv sein sollte, in diesem Fenster, was sich neu öffnet, wenn ihr F12 drückt. Und dann habt ihr hier eine Konsole und da könnt ihr, ähm, ein paar Dinge ausgeben lassen, die dann quasi nur der Entwickler sieht, beziehungsweise, ähm, wir sehen. Wir sind ja der Entwickler. Ähm, und da können wir jetzt ein paar Sachen ausgeben lassen, zum Beispiel, Ähm, ja, wir bleiben bei Hallo Welt. Ach, ich lösche es trotzdem komplett raus, nur der Einfachheit halber. Ähm, Konsole, Punkt, also Konsole mit C am Anfang und klein geschrieben, wichtig, klein schreiben, Konsole, Punkt, Lock, und dann, Klammer auf, hier schreibt ihr jetzt eure Nachricht hinein, wieder in Anführungszeichen, warum in Anführungszeichen, klären wir in einem anderen Video. Wie gesagt, ich kann nicht alles in diesem einen Video erklären. Da schreiben wir jetzt Hallo Welt hinein und das war es dann schon, speichern. Dann geben wir den RPG Maker zurück, starten das Ganze, gehen auf, ähm, gar nichts, drücken einfach F12, genau, so rum, jetzt war ich kurz verwirrt, aber klar, F12 wollte ich machen. Und dann haben wir hier die Ausgabe, er sagt mir auch, in welcher Zeile das steht, ähm, in dem Fall, Hallo Welt.js, Zeile 13. Können wir draufklicken und dann sehen wir das auch hier, zack, hier ist die Ausgabe. Sehr praktisch, ähm, dann können wir auch immer wissen, wo sind wir eigentlich gerade im Code, ähm, was ist gerade passiert. Wie gesagt, sehr, sehr praktisch. Kann ich euch definitiv empfehlen, Konsolenausgaben zu machen und auch Fehler könnt ihr so definitiv finden. Ähm, ich versuche mal einen Fehler zu verursachen, hm, hier, wir schreiben mal konle.log und das müsste eigentlich einen Fehler verursachen. Oh, ich habe es noch offen, sorry. So, und dann kommt hier ein Fehler, wir drücken F12 und dann haben wir hier auch, ähm, ein Fehler und dann sehen wir gleich direkt Zeile 13. Oh, hier stimmt irgendwas nicht. Wunderbar, sofort den Fehler gefunden und dann können wir auch damit arbeiten. Dann können wir sehen, oh, ich habe mich da vertippt. Kann schnell passieren, Konsole und Speichern. Speichern. Das kann schnell passieren, gerade bei hunderten oder tausenden Codezeilen. Gut, tausende werdet ihr wahrscheinlich nicht schreiben, aber, ähm, hunderte Codezeilen vielleicht. Da kann schnell mal ein Tippfehler reinkommen oder irgendein anderer Fehler und wunderbar zu wissen, in welcher Zeile der Fehler ist. Grob. Ganz grob. Teilweise. Gut, ich danke fürs Zusehen. Das war auf jeden Fall schon, ähm, der erste Part. Auf jeden Fall schon lang genug, etwas vielleicht zu lang, aber, ähm, ja, dafür haben wir auf jeden Fall die Grundlagen gelegt für unser allererstes Plugin. Und ich denke mal, das sollte soweit verstanden sein. Ihr könnt ihr mal in die Videobeschreibung, wie soll ich, Videobeschreibung, in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Tutorial so fandet. Und was sich vielleicht verbessern könnte, ähm, und ob ihr euch auf die Javascript-Torails freut, die jetzt kommen werden, weil da kommen jetzt einige auf euch zu. Einige, einige, einige. Gut, ähm, drückt auf Like, auf Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr könnt auch gut und gerne in der Videobeschreibung einige Links finden, äh, wo ihr mich findet. Twitter, Discord, ähm, Steam-Gruppe haben wir auch. Wir haben auch eine Steam-Gruppe. Ähm, Facebook-Gruppe haben wir auch. Und so weiter und so fort. Steht alles in der Videobeschreibung. Könnt gerne der Steam-Gruppe oder der Discord-Gruppe beitreten. Wäre cool. Ähm, Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.